Professor Layton, es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Professor Locklear. Endlich ist es soweit. Ich lerne den berühmten Professor Layton persönlich kennen. Ich sage doch, Professor, Sie sind berühmt. So weit wird ich nicht gehen, Luke. Professor Locklear, die lebende Mumie, die Sie fanden. So was. Hä? Das ist eine Mumie?